Aber es macht echt Spaß mit euch. Vor allen Dingen, dass ich mal zu so einer Uhrzeit auftrete, hätte ich auch nie gedacht. Normalerweise ist es schon immer ganz dunkel. Ich finde, wenn wir immer besser im Dunkeln aufzutreten. Aber heute ist alles voll egal. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal hier bin, dann mache ich auch ganz spontan das, um meinen Techniker zu verwirren. Der Mann hier an der Technik. Schenkt ihm mal einen Riesenapplaus, er wird sich wahnsinnig freuen. Das reicht, kommt wieder teurer. Der Mann kam gerade zu mir an und sagte, Michael, mir ist da was ganz Schreckliches passiert. Ich so, ja was denn? Ja, so zwei Sachen, sagt er. Erstmal ist mir der Reifen geplatzt, gerade eben. Die musste ich noch wechseln. Und dann hat mich meine Freundin verlassen, hat er gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, es ist wirklich schade mit dem Reifen. Nein, jetzt ist der arme Kerl ganz alleine und der würde sich total freuen, wenn hier eine hübsche, nette Dame auch ganz alleine wäre, die noch einen Partner braucht für den Sommerurlaub. Manni bezahlt hier alles, hat er gesagt. Wohin ihr auch wollt, Manni zahlt alles. Der arbeitet ja für den Wendler. Genau. Hat noch weniger cool als ich. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Liebe Freunde, ich habe mir gedacht, dann noch eins schauen, bevor wir uns jetzt oben gleich treffen. Vielleicht, ich gehe kaputt wie Glas. Was leidet ihr davon? Das rockt, oder? Ich kann euch sagen, also die macht mich fertig heute. Ich gehe kaputt wie Glas. Auf geht's. So Manni, jetzt bin ich richtig. Manni, der Bassmaker. Komm, geh auf die Bass. Hier we go. Und jetzt sagt, ihr dran. Nicht so schön, danke. Ja, ja! 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 Ja, ja!